Du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus wirklich. Du kannst das Ereignis haben, dass du ihn nicht brauchst. Das ist aber keine Wahrheit. Du brauchst ihn wirklich. Er braucht dich nicht, weil er ist Gott. Aber du brauchst ihn. Du musst dein Leben Jesus geben, weil sonst du kannst nicht im Himmel geben. Du willst es aber. Du willst in den Himmel gehen. Das ist ja logisch. Aber wenn du das möchtest, du musst dein Leben Jesus geben. Ohne das. Du kannst nicht mit Gott leben. Du kannst das wirklich nicht. Du musst mit deinem ganzen Herzen schreien, Gott, ich brauche dich. Ich will dich kennenlernen. Ich will dich in meinem Leben. Und ich sage dir, wenn du das machst, du kannst ihn persönlich kennenlernen. Du kannst Gott persönlich kennenlernen und mit Gott leben. Amen. Amen. Amen.